Ähm, wenn du im Inventar auf diese Links auf diese Print Spree gehst... Ach da! cool Das hängt aber... Hihihihihi Das war einfach cool Eheh also mit dem Trick-Niveau-Schnee befreundet sein, das ignorierst du erstmal Ist das Vanillamäßig, dass Suppen sich mittlerweile stacken? Ähm, ey ja, in der 1.17 kam das, glaube ich, da mit rein ich wollte jetzt mal gucken was so die erste quest ist wie gesagt 31 quest ist das quest dinge das ist echt heftig ist einfach mal so ein screenshot von dem nokia 31 question able admin das mittlere da wo bist du drauf in dem buch die quests anzeigen also click here to show quests und dann ganz runter scrollen hast du irgendwann 31 beziehungsweise haufenweise work in progress sagen 31 und da dann die mittlere die obere quest gefunden okay also dort sand und gravel brauchen wir was ist das für ein statistik also sand und dort habe ich mittlerweile und in der party habe ich so eingestellt dass wir zusammen auch hier scrabble dass wir zusammen die achievements bekommen stimmt das wollte ich noch mal kurz angucken shared rewards es wird dunkel rein können wir schlafen wollen wir wirklich dass jeder den reward bekommt das heißt wir kommen so gesehen dreimal die rewards ja okay aber dann macht bitte mach individual lives zu shared lives ja auch bekannt bitte ja auch bekannt müsste ich mal gucken nee ich kann den reward nicht holen das doch insgesamt pro party one set of rewards kannst du mich irgendwie als owner machen oder so ich habe keine ahnung was da als möglichkeiten gibt oder sonst ich verlasse noch mal die party und mache noch mal eine neue auf kann ich rauskicken so ja gut dann mach auf shared lives und shared rewards genau so aber ich wollte jetzt mal eben wie ich kann die party nicht verlassen ich kann die party nicht verlassen ich kann mich nicht verlassen nein meine eigene kann ich nicht verlassen ja gut kannst du mich noch einladen in die andere party versuch mal wie dämlich ist das denn du kannst in weit leben in einer anderen party steuerung jetzt musst du da jetzt äh akzept gut aber wo ist denn jetzt monster nearby in dieskunde müsste theoretisch tot sein ja ich kann schlafen boah jup ich lieg am fenster ok papa aber nur wenn ihr mir eine gute nachtgeschichte vorliest da war ein wei klar hat sich ins bett gelegt und hat geschlafen gut das war nice ich darf mein Bett wieder abbauen warum weil ich im fensterraum bagger man macht auf und baggt im fensterraum gut ähm ja wie wollen wir das machen wollt ihr sonst ein bisschen minen gehen und ich mach so ein bisschen die quests schonmal wir haben ne ich mach den vorschlag wir graben uns nicht beim dungeon in die erde äh hier ist halt ne hülle da fuck was wenn man ein erz abbaut dann baut man automatisch alle ab was hä das ist ne hier unten geht schon der dungeon los deswegen ich würde ungern hier runter äh hier ist aber ja guck mal alles wir sind jetzt einfach unter dem dungeon kann es sein dass du einfach ein dense ohr hattest und mehrere getroppt sind ja ja also ja nein es haben sich mehrere ohrblöcke es haben sich mehrere ohrblöcke ähm aufgelöst komisch ist hier schon ende ja leider ja und kommt dann der nächste an ich würde woanders ähm ähm ja genau deswegen ja 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 kameraden schwein ihr braucht nur den block abhauen und könnt ihr euch auch wieder auch da hoch springen also ja ich nehme mal ein bisschen marbel mit ich glaube wir sollten nicht allzu viel futter verbrauchen ne ach wobei äh die pilze findest du eigentlich im wald irgendwas du musst halt bloß immer irgendwo her sein aua sag doch ein wort anschein ich mich mit einer spitzhacke zu schlagen so ähm da hinten war noch eine höhle wollen wir da sonst hingehen ja ich habe auch schon eine eisenspitzhacke ja warte aber wenn er hat mein deathpunkt ist mein waypoint dann passt das ja ähm gute idee waypoint äh home safe nice caps ganz friedlicher ähm so kommt ihr mutiert schon viel zu weit you are not skilled in that art I fuck you oh fuck ich hab gar keine fackeln hat wer von euch fackeln? ich hab zwei fackeln einstecken ihr solltet Holz mitnehmen ja der kommt mal wieder zurück hier sind noch äh büsche die ich mit ok ich habe jetzt so einen raspberry pie bush gefunden dann nehme ich gar nicht mit raspberry hehehe ich weiß aber noch nicht ob das der ein eins oder was der ein zwei ist oder ein drei oder ein drei oder ein vier ich würde ein zwei nehmen nein vier gibt es noch nicht auch nicht echt nicht? wenn ich bedenke denn 3 hat immer noch äh nur 100 mbit LAN wow ja du brauchst ja auch definitiv mehr LAN ja ja wäre vielleicht sinnvoll ja ja gut auf jeden fall nochmal zum sagen dass wir eventuell noch sind wir noch bei der ersten Folge? nein also für uns bald ja aber für mich nein ja wäre ich schon mehr als 15 Minuten? wir sind bald 22 ah weißt nicht ok ja gut auf jeden fall wir wollen uns halt nicht stur an äh das Questbuch halten wie man jetzt grad uns schwer sieht ähm kommt ihr? macht das schon Sinn sich ein bisschen Röstung zu machen? nein ok boah ich hab so gut wie kein Essen mehr ich hab noch drei äh Pilzsoppen cool dann krieg ich ja gleich welche nein danke ähm sind denn Schmeide hier reingehüpft? weiß ich nicht ich bin hier reingehüpft ich hab Licht ich hab Licht ähm wo seid denn hier? äh den Schmult ist da irgendwo reingehüpft und ich bin einfach mal hinterher und hey die mehr? ne du bist bei Turbi reingehüpft hä? ne du bist bei mir rein noch weiter ach soo ja weil hier ist ne normale Hülle deswegen einfach glaub ich sind voller Hülle hier ist ein Creeper ach komm jo ich bullsch schon mal ein bisschen Kohle ab dahinter ist noch wieder Eisen cool äh Tinkas Construct ist hier drauf ja nein? ja okay das heißt Gravel sammeln ja das ist die Nation hier gibt's richtig geile Waffen dazu kann sich zum Beispiel einen Bumerang basteln äh hä droppen die keine Pilze die sind Mushrooms doch die wollen so einen Pilzentroppe äh Troppen außer der Stamm der Troppkloppe kam welche das ist glaub ich immer nur random so mhm scheiß Teil ja auf jeden Fall äh was wollen wir so als erstes machen bautechnisch ich glaub erstmal wieder so die Grundversorgung oder? ja auf jeden Fall ja dass wir erstmal Pulverizer ETC haben ähm oder? weiss ich nicht ja aber halt irgendwas in der Art ähm ist die Frage Smeltui? kann man machen vor Doppelmont die ganzen Sachen ja wäre sonst einer schon mal ein bisschen Sand und Clay sammeln? können Tisch machen ähm was wir halt eigentlich überlegt hatten wir wollen jetzt erstmal in den in der ersten Aufnahme also in der ersten Woche so ein bisschen größtenteils fahren und dann gucken wie wir so vorwärts kommen und dann uns weiter überlegen ähm wie wir jetzt weitermachen die nächsten wie werden wir es noch vor produzieren vier Wochen insgesamt ja 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 um um Pilzlumpen herzustellen net Pilzlumpen muss man äh auch rote Pilze haben oder? ja daher bekommt man die ja auch aus dem Weiß Tobi kannst du mir ein bisschen Kohle geben bitte? äh ja ich hätte sonst gesagt dass wir eben zusammen ein bisschen in den Farmen gehen naja ich würde bloß vorfackeln herstellen nein man muss nicht verschiedene Farbige Pilze haben ach dann dort geht's runter hä wo hast denn du dich hier runter gebuddelt? in meinen Gang und dann habe ich mich weitergegraben ja ja man muss mit nicht verschiedene Farbige Pilze haben man kann auch gleich Farbige nehmen ich glaube ich nehme trotzdem bitte etwas Spoiler äh ja ich würde sonst vorgehen achso ich gehe vor und du baust schon mal ab hast du vielleicht noch was zu essen? zwei Suppen habe ich noch naja gut hm ja da habe ich noch mehr wobei ne Worte ich kann auch zwei Suppen herstellen ach was so ja das bringt mir auch nicht so viel aber hier ist übrigens schon dein Tunnel wieder zu Ende ja so viel gebracht hat das nicht äh ihr hattet jetzt noch nichts für ne Smeltowy gesammelt oder? nein Gott wow hä warum wir bringen aber Gravel mit wir bringen aber manchmal so übelst viel auf einmal aus kann man das jemand erklären? hast du zufällig da ist schon das Ende hast du zufällig ne Schaufeln mit? wenn man sneakt bauen die Werkzeuge übelst viel auf einmal ab lol hä geht bei dir Weinminder? ja das ist natürlich geil wie funktioniert Weinminder nicht? haben wir eben innerhalb von einer halben Minute anderthalb Stacks Gravel gesammelt ähm ähm wobei das ist voll der Haustier war vielleicht nicht so intelligent ach komm scheiß drauf hä bei mir funktioniert das nicht du musst sneaken und dabei abbauen ne? ja mache ich mit dem richtigen Tool ja Schaufel auf Dirt ja gut keine Ahnung das ist eigentlich Weinminder wie man sieht hier ist die Spawn Area ähm also wir spawnen allgemein nicht als weit weg vom ähm da hinten ist ein PC-Dorf lol hast du dich ernsthaft schon wieder runtergebuddelt einfach? ja ja brauchen wir auch Clay dafür für die Smeltory? ja oder? ja ja so also ihr achtet jetzt ein bisschen mit auf die Uhr oder? ja ja aber ich das ja nie mache deswegen könntest du halt für nicht die Uhrzeit lesen nein also könnte ich schon kannst du dich dann aber bitte nicht wieder drüber aufregen äh wenn wir sagen was sagt die Uhr tic tac ja ja schon auch wieder wie spiel äh wie lange haben wir aufgenommen? halt da mal ja äh gehst du hoch bossy Kolob? solltest bloß ein bisschen auslöschen so dankeschön ok jump and run skill ist äh nicht vorhanden äh äh salz am besten auch mitnehmen du nimmst halt alles mit ja ich meine ne weil da wir können auch immens viel essen machen also eine Kantine mit jeden Tag wechseln im Angebot können wir auch machen ja ok heute gibt es grüne Pilze morgen gibt es gelbe Pilze äh nein insgesamt gibt es glaube ich über 500 Rezepte nice äh ich glaube dass wenn es dem Herrn recht ist mich irgendwo wieder einfach gerade nach unten graben äh ich hätte sonst die andere Höhle genommen die wir dann noch hatten gut dann halt nicht ich hab heute gefunden aber ich brauche jetzt wirklich mal ne Suppe hä wie macht ihr das? hä wie macht ihr das? äh kannst du noch ne Spitzhacke zufällig einstecken? äh ja klar lol althilfe ihm nein danke äh hast du ne Suppe für mich? alter alter lol dann bleib ich holy shit ne du sollst nur Sachen sammeln nicht irgendwie weglaufen hier ist ein Smeltory in dem NPC Dorf hier ist ein Smeltory in dem NPC Dorf wir brauchen keine Bahnen wir brauchen die 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 Vielen Dank.